Möge ich euch, Ich bin herzlich willkommen und herzlich willkommen. Hier ist Möge ich von unserem Herrn Jesus Christus mit in jedem einen Sehnen hier. Es war ein schöner Anfang gewesen, diesen Semindag hier. Und ich weiß nicht, dass die Leute hier gesungen sind, aber auch in der ich die Anleitung habe, wenn ich das besonders stöte, habe ich mir gedacht, dass ich die Rüttstärken habe, über die Timotheus. Vorher habe ich gesagt, dass ich die Tür überbleibe, in alle Anstände, in der ich die Dach besonnen habe. Ich weiß nicht, weil die Liedermanns dort sind, so wie es dort ein Evangelist im Tod kommt. Warum ist das so wichtig, dass wir in allen Anständen in der ich die Dach sein? Das wurde gemeint, dass wir in allen Anständen in der ich die Dach sein sollen, wie es so tun kann, nicht nur alle Menschen über den Menschen um den Menschen zu versiegen. Wir haben einen Träumer von dem, wir haben einen Träumer von dem, über eine Versiegelung. In der Suche hat es verschiedene Wegekämpfe um den Menschen zu versiegen, dass ein Mensch solle einmal abgeben oder kalt worden in seinem Leben. Und das ist sehr wichtig, dass wir in Dödingen wager sind, in der Krexispolis zu Timotheus schrieb, der blieb in alle Anständen derche Dach, so dass er meint, der rundherum die wir auch wager sind, nicht bloß auf einer steht. So tun, wenn er auf einer steht, dann kann er versiegte der andere. Und das ist sehr wichtig, dass wir wager sind. Wir haben eine Versiegelung. Wir haben einen Tag gewählt, mit Jakobus Kapitel 1, Vers 12, durch acht Tieren, wenn wir uns den Tag zu lesen. Jakobus Kapitel 1, Vers 12, Mal die Versickers haben. 제 Vers kommt von solchen Versikerungen, sagte Ewersch res. versagt worden, und er versiegt auf niemanden. Aber ein Mensch wird versagt, wenn er von seinem eigenen Beiselaus mitgerätten wird. Wenn der Beiselaus sich erst vorgesagt hat, wird der Sinn geboren, und wenn der Sinn gedauert ist, bringt er den Tod. Blut tun nichts vermerken, liebe Brüder. Alle gute Sachen und alle vollkommende Guben kommen von Bogen rauf, die kommen vom Vorder, und der Licht gemerkt hat. Er verändert sich nicht, und er verwechselt nicht, da wird man die Strecke. Er hat uns das Sinn, wort wird gemerkt, so was er dort will. Dort wird den ersten Platz haben sollen, wie alles, was er gemerkt hat. Aber so wird einmal alle wieder gehen, werden wir hoffen, in dem Gebet. Herr Jesus, wir bedanken dir für den schönen Morgen, den du uns geschaut hast. Wir bedanken dir auch, dass wir hier an den Tag kommen, und wir kennen die Wahrheit in den guten Antäten, die wir an den schönen Tag geholt haben. Wir beden nur noch, dass du dort möchtest sehen, wo du dort gerätest worden, und wo wir gesungen haben, und wir wünschen die Gebete, als du weißt, dass du dich gern verherrlicht worden. Und ich beden auch wieder, dass du durch diesen Morgenstern, diese ewige Zeit, wo wir hier noch sind, wo wir uns in den guten Antäten gehen wollen, dass du wirklich reden musst, wo du etwas geredet hast, und dort möchtest du mich reden. Und auch, dass der Jesus Gottes das Wut macht, weil du selbst, das ich mir reden will, und jeder Wort anbringen kann, wo du verneutig sitzt, wo du anpassen willst. Herr Jesus, du musst wirklich dienen, wo ich hier durchführen, so was du dort gefallen hast. Und das ist mein Gebet in Jesus' Namen. Amen. So, Jakobus fängt hier in diesem Tag an so zu schreiben, Säulich als Dämon. So, selbst ist Säulich, wenn wir nur in der Versicherung nennen kommen, wir bleiben da bestohlen. Erst dort wird uns Säulich merken, weil, wenn wir hier nur noch nennen, dann wird uns Säulich merken, dass die Säulich hätte hängt nicht bloß an, bestohlen zu bleiben, wenn wir versorgt wurden. Unsere Säulich hätte hängt davon auf, dass wir gewaschen wurden durch das Blut Jesu Christi, dass wir dort im Glauben annehmen, dort ist Nummer 1, der Punkt, der erste Schreit für uns Säulich hätte. Dass wir dort im Glauben annehmen. Aber Jakobus redet hier nicht so, wo du all gewaschen sind durch das Blut Jesu Christi. Das ist so, dass Jakobus hier nicht ganz besonders redet. Und er sagt hier, Säulich als Dämon, in Englisch sagt er aber dort, der Karte sagt, Blessed is the man. So, gesägend als Dämon, wenn er durch alle Versicherung bestohlen bleibt. Er sagt hier wieder, der nicht versagt, wenn er versagt wird, und er ütelt, wenn er durchgestattet wird. So, das wird versagen. Was sagt uns? Das wird, wenn er sagt, der nicht versagt. Das wird, wenn er geschrieben steht, der nicht versagt, wenn er in der Versicherung kommt. So, wir wollen nicht, wie aus Kinder Gottes, wer immer du ein Kind Gottes hast, der lebt in der Versicherung, so tun die Kämpfe an verschiedenen Wegen, und so ist es. Und so wird er dann nicht abgeben, der sich um Gott erholt. Zu dem sagt er, der er ist gesägt. Die Plotische Versaltung, der sagt hier, Säulich als Dämon, der du nicht wirst abgeben. Und wir wollen nicht, aufgrundsachen, wo der Bruder hier in der Anleitung hören, wo Paulus von Reden hat, und er hat eine Haft, er setzt sich an, er sieht nun mein Leben, er wird zu sein, ganz stark, und er hat gekämpft, er hat viele Staaten, die ich mitgekommen, und er hat ihn mitgekommen, und er hat ihn mitgekommen, er hat ihn mitgekommen, er hat ihn mitgekommen, er hat ihn mitgekommen, er sagt er, für neue Wiederhandlungen, und nur noch für mich die Gerachtigkeitskriege. Und das ist nicht bloß für mich, sagt Paulus, aber auch für jeden, wenn er bestandigt, bei dem einen Kampf. So, wo Paulus sein Ziel, in seinen Wahlen hier ist, Jakobus sein Ziel ist, er will einmal anstecken, und er will einmal anstecken, und er will einmal anstecken, und wer nicht was für sein, nur wird es die versucht worden, der ist glücklich. Denn der wird im Herrn Jesus da getroffen, wer nur ein wahrer Geburt ist, und wer danach du anbestanden bist, nicht sich durchbringen darf. Und wo dann Jakobus diese Faschen hier, das Faschen immer bloß einfach so das Titel fängt, geschrieben, und er will auch die drei vorab nehmen, und sein Wort hat Jumann sagen, und wenn er sein wird, und er will auch sagen, dass wir nicht wollen, mit klarer Fugenchen, wo dann diese Faschen hier anfangen, zu schreiben. In Jakobus ein Verschneing, der ich auch auf der Faschen werde gelesen habe, aber du sollst einmal ein Punkt darüber nehmen. Du sagst, in der lehrstunde der Bruder soll sich freien, und dort hat die Hüchstätte. In der Rüge soll sich freien, und dort hat die Lehrstätte. Weil es so aus einer Blom ab der Stab verschwenkt, wird er auch mit einem Verwacht sein. Und der Sonne geht ab mit einem brennenden Herd, und dort groß verdreht in dem Blom fällt auf, und mit Schmackbluten es dort gewasen. So wird dort auch dem Rüge in dem Mond in all seine Drockigkeiten gewonnen. So hier hat Jakobus einmal zu den Armen reden, und zu den Rüge. Er sagt, den Armen nannte hier an, den Lehrstunde, den nannte hier ab, als Bruder. Und den Rüge nannte hier nicht ab, als Bruder. Aber wenn wir dann nicht mehr wollen, die Bibel haben, die Christen sind. Wir wissen nicht, wenn die Bibel ansieht, in denen die Christen sagen, wie auch Bruder, nicht so? Bruder ansonsten. So, wir wollen das überhören und so anschauen, in denen die Christen, der Rüge, und die Armen machen. Und dann sage ich, dass du den Armen, wenn du auf den Armen bist, du bist, du stehst hoch, wie Gott. Das ist nicht hier in der Welt. Du hast gesagt, wie Gott, dass du da noch krank so viel wird aus der Rüge, wo du hoch stehst. So, wenn wir hier noch etwas nachdenken, ein paar Mal sagen, du könntest dir vorstellen, dass die Versicherung durch den Sucht, und du an das können nachkommen, wem was geht, so arm aus mir, denn ich kann noch nicht gleich, ich kann noch nicht wohnen und wo nachkommen, nur als wenn es Gott läuft mir nicht. Gott sehe ich mich nicht. Ich habe nur den Rücken, der hat so viel Glück, das bedeutet bloß, wie es Gott hat, denn so läuft. So eine Versicherung kann an den armen Menschen nachkommen. Und dann sage ich, ich komme zu dir, du, der du anbass, der du leer stehst, diese Frau, die stehst du hoch. Wenn man euch mal glaubt, aber wenn du das nicht bringt, merkt man nicht, wenn du anbass, dass du da nicht wie Gott sich hoch aus sein wirst. Du wirst gerade an den Lernen aus der Rüge. Die sagen, dass der Rüge nicht so viel wie Gott aus sein, als wenn sie so viel hat. Und wenn sie so Rüge sagt ich, er soll sich fragen, dass du leer stehst, oder wenn du mit sagst. Jakobus, der hat sie einmal klar, der Oma steht auf dem selben Level aus dem der Rüge. Wie in Gottes Ju. Du kannst auch sein aus dem anderen. In Gottes Ju sehr wie er war ein. Und bei dem in der Rüge sind sie vor, dass ich einmal in selten Gedanken ankomme, wo wir weit noch zu tun auf verschiedene Wege. Ein Gedanke wird, dass ich gedacht, dass Gott läuft in der Rüge in der Rüge aus dem ist mir so viel viel Dollar lebt auf Gott aus den Ohren. So Jakobus sagt, die Stunde auf den Garten in der Versicherung. Und dann sage ich dir hier wieder, soll ich das Dämon, der nicht versagen wird, der nicht abgibt, wenn wir in so eine Versicherung nachkommen. Du bist dort wichtig, wenn wir in so eine Versicherung nachkommen. Das ist nicht die einzige Versicherung, die Souten und uns genommen bringen. Der hat verschiedene Wege, der Souten und uns Versicherung nachbringen. Und wir dann nicht versagen, wir dann nicht abgeben. Der ist gleichlich. Und wir wollen uns von der und der euch diese Botschaft zwei biblische Geschichten entdecken. Wo du eine hohe Versicherung genommen hast, und eine Geschichte hast, wo du bestohlen bleibst, und die nächste Geschichte hast, wo sie sich verletzen lassen für die Versicherung. Und dann klicken wir mal an alle Fragen, wo ich dann habe, wenn ich rede von einer Geschichte, wo du bestohlen bleibst, nicht so. Das ist hier. Hier habe ich eine sehr schwierige Versicherung behandelt, aber heute, wir nehmen uns ab. Wir wollen uns dumm ein bisschen nennen, und in ihr zu leben, wo hei es versorgt worden, und wo der Herr am Oberösser dich biegewasst und haf angehau. Hier kommt bitte ein. Versch ein, der ich vielfällig ist einmal lesen, und dann werden wir von du noch wieder gehen. Hier kommt ein. Du sagst, du wirst einmal ein Mann, und dort landet uns, der heut hier. Dort wird ein Mann, in dem man nichts überschuldigen wird, und immer dort rachetet du. Heute hat ihr Furcht für Gott, und du nicht schlachtet. Hier hat eine Familie von sieben Sehens und drei Dächter. Heute hat eine sehr große Familie, gerade als das wir im Außen. Heute hat er sieben Düsend Schub, drei Düsend Gemeinden, Düsend Osten. Hier sagt er Düsend Osten, vielleicht hafte jemand eine Engelsche oder eine Hochdeutsche Bibel. Du könntest gleich sagen, Fiefernat Osten. Ich mag das, wenn ich in unserer Übersetzung kenne, wie ein Fiefernat. Wenn er Plotische sagt er Düsend, wo der Mann hat dann erst. Ein Fiefernat Esel, ein Säuerfehl oder Weller. Und dann sagt er Pirefald, siehne Sehens kreuten, ihre Geschwister am sich, und ihre Hüse taugt in eine, am eine, taugt, eine scheine Mutig. Und sie schickten auch immer nur, ich nur ihre Sästrin in Kreuten, dort sie auch Söhlen eten in Trinken kommen. Immer wenn die Sehens so fast geholt wurden, schick hier ein Kräut an, ein Möktierig-Smarges-Brandopfer für all die, die du wären, dort heu mit Anfergott kein, dort viel fliegt, heu pänglich so, willst heu doch vielleicht haben meine Kinder sich versündigt und im Hortgott gelastet. Hier wird Hiab sein Leben einmal mit einer Karte beschrieben, was er alles hat. Hiab, wie in Säuerich einmal, er hat eine große Wirtschaft, eine große Bürorie, und mit all der ganzen Bürorie, macht rein, er sagt, ob die Licht, du brauchst nicht viel Arbeiter, nicht so. Und uns wird er gehört, sag ich dir, viele Arbeiter haben hier gehört. Er hat für die Schubabfahrt-Arbeiter gehört, dass ich dort verstanden kann, und auch für die Köln-Kommunen, und für die Osten, und für die Esel. Für alles hat er immer seine eigene Arbeiter gehört, und dort wird viel Arbeiter gebrockt haben, denn das ist wie eine große Säume, das hier gehört nicht so. Und dann sage ich, dass ich noch eine große Familie gehört habe, Tientänger, sieben Sehens, in drei Tagen, und da sind viele Töpküche, die Töpküche in den Harten getrunken, haben sich an sich angelüht, und wenn der Tag ist, dass er immer war, dann hat er hier im Abfall gebrochen. Woran? Hier hat er immer nur gedacht, wo dann meine Familie, wenn du so eine Gemeinschaft, wo ihr in der Harten haben willst, wir haben einen falschen Sprecher, der sagt, wo viel geredet wird, du gehst nicht einmal ohne Fehler zu tun. Nun wünsche ich nicht, dass die mir bei einem, waren so viele Stunden, die werden wir anfangen, tüchst zu blieben, um nicht so viele Fehler zu merken. Hebräer sagt uns, habt Gemeinschaft in eurem Onder, aber was von der Gemeinschaft soll wir haben? Biblische Gemeinschaft soll wir haben, uns abzubühren, wenn sie sagt wieder, dort in eurem Onder abzubühren, und denkt über nur, dass der Herr Jesus wird bald weiter kommen. Dort wird zu denen da, reutst du, wann der Herr wird kommen. Aber hier, heute dachte ich auch wieder, meine Verantwortung ist dort, für meine Kinder zu versorgen. All das du fürabstuhl, der Herr hat mir gegebt, um den Tränen anzubringen. Und nun hat er, wenn er dort sind, und er hat gesagt, wo er in der Gemeinschaft war, dann hat er mit dir, die ganze Familie gefällt, im Herrn, und bringt den Abfall, und sagt, wann die sich mit ihm versinnigt haben, dort du warst die Gelegenheit, dass sie keine Vergebung werden. Und nun habe ich ihm wieder gekannt, wo Souton geschauft hat, und hier ab hier gerade. Durant der ersten Phase, du sollst wieder bei einmal dort der Herr, und nehmen und erst, mein Jesus, mit seinen Himmelsteiner, sie haben dann einmal eine Miete, sie haben eine Versammlung, und das den Verklärer, denn der Plotische Bibel sagt dem hier Verklärer, und in der anderen Übersetzung, der sagt auch der Souton, und der Verklärer ist der Souton. Heute hast du auch mit dem Miete. Dann fragt der Herr, dich bei einmal, wo wir es? Und ich werde beirrt von einem Engelbart und anderen. So heißt es, über die ganze Welt gewaß. Was sage ich ins Todl einmal? Ich habe keine Präsenten gelogen, den ich noch gebraucht habe für Sie. Dann sagt der Herr, in den 8. Versch, wenn wir das in dem Versch mal lesen, und der Herr sieht den Verklärer, hast du abgepostet, was hier mit deiner Dät? Du hast nicht noch einer beirrt, der so ist aus Heu, dem es mit nichts zu beschuldigen, in der immer, wo Reich ist. Daher habe ich für Gott, und der nichts schlägtet. Das wird Gott selbst von Sinnen sehen, als Sinnen deiner hier zu sein. Den ist nicht nur zu beschuldigen, so abrächtig lebt es hier. Nun fragt er den Souton, hast du ihn doch gemerkt? Na, warum muss ich wiederhören, wo die Souton sein wird? Da muss ich wiederhören, wie die Gedanken gerübt, oder den, wo er auch gehockt. Hier sagt er, die Souton sagt in der Nähe der Versch, denn der Verklärer sagt dem Herr, meinst du du als ein Gründ, woran ich für Gott habe? Mach dir das? Interessant wurde er hier, ich sage nicht so. Nun fragt er Gott, glaubst du du es nicht in Gründ zu ver? So du kämpfst, der Souton hat den noch angehört, und ich mach dir kein bisschen aufhören, wenn du das in Gott gesagt hast. Du hält den noch. Nun fragt er Gott nach Blick, glaubst du du es nicht in Gründ zu ver, woran ich würde abgeben, dass du Gottes für Gott habe? Dann sagt er wieder, hast du sie in Höhe, denn alles, was er hat, nicht von jeder Gefahr beschützt? Mach dir das Souton hat, um verschiedenste Krufe abzubringen, in verschiedenste Rechte und Krufe und die Gefahr abzuführen. Immer war er hat Gott ihn beschützt. Woran? Was ist das in dem Pfaffen falsch? In dem Pfaffen falsch, du betest, wenn einmal was euch geworden ist, und fragt Gott. Und Gott hat gesagt, wenn die wollen in meinen Namen, in meinen Namen, und freu, dort wo ich ihn geben. Und das, was ich hier habe, hier gerade, wo an seine Familie, und ich habe, wo man das so tun hat, sagt er, sie in Höhe. Jesu hat gesagt, ob einer steht, eigentlich in meinem Haus wollen wir in den Haaren leben. Ich meine, ob wir die Feiermengen, in der Daktung, und wir wollen in den Haaren leben. Dort meint sie in der Familie. Auch in meiner Familie, wir haben uns einen Scherb, wir wollen für den Haaren leben. Also, das wollen für den Haaren leben. Hier sagt der Satan, hast du nicht in seinem Haus, oder hast du nicht in seiner Familie noch für Jährige vorbeschützt, woran wird Gott ihn beschützen? Wenn er hier hat, strömt sich durch den Haaren. Heute braucht er einmal ein Abfall, und schau, vor Gott, wenn meine Familie, von der ich hier sind, ich habe, vor der Verjaffung ist, weil sie nicht in der Haaren verloren gehen. Er will nicht in der Haaren verloren gehen. Dort, was du sucht, und ich mochte, dass du nicht mit dir bist. Ich habe so versucht, dass du nicht mit dir bist. Du hast ihn noch einmal bewahrt, weil du hier eine Flüchtlinge genommen hast. Dann sagt er wieder, Du hast dort gesegnet, wo er da ist. Also dort gebeten, dort hat Gott gesegnet. In seinen Familien hat sich Gott ausgebräut im Land. Alles wird hier abhört. Dort, als er bekannt worden im Land, und hat, dass er viel kann, wie in der Haaren verbrechen. Und jetzt, wo wir vielleicht in die Gedanken vielleicht mal einmal gehört haben, all die richtige Menschen, für das, an mir, die du Gott gekommen bist. Ich sage, Jesus sage ich immer, wo schwor war, der richtige in den Himmelregnern kommt. Dort hat er nicht mehr Riechtüme zu tun. Hier hat er sehr viel. Hier hat er eine Gründung für mich, und wir hier hat dann die Gott ausgewählen. Nein, wir nicht. Gott steht um ganz viel. Hier hat wir abrechtlich, der Herr hat am Gesegnet, dort, wo er so viel hat. Und hier lebt mit Gons und Gott für den Herrn der Riechtümen an das Leben, der an die Himmelstädter schlägt, weil wir stolz sind, beim Anzurektümen. Dort, wo der Himmelstädter schlägt, dort, wo wir nicht durchkommen können. Und so hier hat er viel. Dort sagt die Sutan hier, seine Familien haben sich über die ganze Welt verspricht. Ich habe, dort, du kannst dich nicht mehr Riecht in der Sutan haben, weil hier so sein, ich habe ihn so versorgt, dass ich den Opfer nicht wo er was antasten, und dann gehen kann man. Nun war man in den auf den Falschern, wo der Sutan wieder seine. Hier der einfach wohl, sollte sein, er steht sich hier selbst und er keine Macht hat. Er sagt hier, ob er wann du den, wann du sehen, für mich ihn antasten wirst. Halt mal. Der Sutan sagt, hör dem Haar, wann du, Haar, den sehen, für mich ihn antasten, dann wird er die auf sein. Er sagt hier wieder, wort glaubst du doch? Du wird die Glechte auf sein. Jetzt ich grüße mal den Sutan nicht so. Du sagst, Gott, wann du wirst den sehen, für mich ihn antasten, wort glaubst du? Du wirst die Glechte auf sein. In der anderen Übersachung, der Hüchte, in der Engelsche Bibel, sagt er, im Glechte auf sein. Einfach nur, das wird, das ist wie von dem, als ich mal kan, wenn ein paar Steakze gehen, immer sagen, die reden sie gleich im Glechte auf sein, nicht so, ganz gehen an. So wird das jetzig von dir los sein. Du wirst nichts nicht sein, dort kannst du die Wunsch mitreden. Er sagt hier, was lebst, der wird die auf sein. Okay, dann in der 12. Fall, du sagst, in der Herr, sie teilen, verkleicht er, werfen muss sein. So der Herr, der sich ganz sicher, mein Hiab, der hat sich in mir, nannte sagt, denn seine Wartungen sind, in der Gerachtigkeit nannte gewartet, und du bist die Fuss, fäng mal aus, luch du muss sterben, ich war komm, wer muss sein, er sagt zu dir, er soll bloß nicht den, das Leben nehmen, ich war holt mich, den seinen Charter anturzen, ich wirst da, wo immer du was. Hier ist dort, ganz klar, wenn wir von denen, in der Versicherung waren, sind dort bloß, so weit, wo wir versagt wurden, dass Gott dort teilen hat. Von Gott nicht, da loben, da hat kein Mensch, kann versagt worden, die hat bald nicht versagt, nur sage ich, Gott da an, fäng mal nicht, nur gut, sie tut und trich, da, da rieche ich von Gott, anders kann er an, zuerst stören, dort geht er, nur an, anst du, wen aufbrauchen, und an, 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 Gott versiegt uns nicht. Wir wollen nur an Adam und Eifern denken. Als Adam und Eifern in den Garten waren, wo die Schlange in den Eifern kamen, in den 1. Mose 3, ich will etwas falsch lesen, da wollen wir uns die Gedanken abwarten, ob wir die Schlange haben, wo er ist und wo er ist sinnvoll, ob es Gott oder ob es selbst ist. 1. Mose 3, Verschfeierdeich saß. Aber die Schlange seht ihr in der Früh, die waren gar nicht sterben. Hier wird gesagt, dass Gott die Arme einfach gesagt hat, weil die waren von der einen Frucht essen, da waren sie sterben. Und nun sagt die Schlange zu denen, die waren gar nicht sterben. Gott wollte, dass die Bilder, die du von Eten waren, du von Eten waren deine Jungen und die waren so aus Gott sein, in weiten, was Gott und was Schlag ist. Und die Frühe sag, die Frühe sag, und die Nächste sag ich dir, dass die Frucht Goud leidt, also nun einfach fangen an, die Frucht zu kicken, und der leidet wirklich fein. Die Frucht leidt Schmack. So nun leidt ihr sich, dass die Frucht nicht gelaufen ist, die leidet Goud, und dann sag ich dir wieder, dass die Goud zu Eten wird. So das leidt nicht nur eine allangenehme Frucht, und dann sagt sie, denn sie können scheine Schmack sein. Dort können sie alle Menschen denken, und sie denken, dass sie nur noch nicht. Und dann sagt sie, dass sie nur sterben werden. Nur, wenn sie nur nach dem, wo der Rech ist, denn sie wissen nicht, wo sie nicht sagen werden. Und dann sagt sie, dass sie nicht von der Frucht essen wollen. Und dann sagt sie, die wurden gestorben. Und dann sagt sie, dass sie körperlich sind. Gott meint jeslich. Dort, wo Adam und Eifer ist, von der Frucht essen, die sterben sie jeslich. Dort jesliche Gemeinschaft mit Gott, dort schnäubt du auf. Und dann sagt sie, die wurden gestorben. Und dann sagt sie, die Körperspuren, über die ihr gestorben. Und dann fangt diese Eifer sich, und dann fangt sie, und dann fangt sie, und dann fangt sie die Frucht in eine Art und Weise. Und dann sagt sie, dass sie eine Lasse, der dort voll sein sind. Und dann sagt sie, dass sie eine eine böse Lasse sind. Und dann sagt sie, dass sie eine Bedeutung ab. Und dann sagt sie, das ist nicht so. Und dann sagt sie, dass sie eine Familie, in der Nähe des Lebens kommt, dass sie das nicht so gut sind. Und dann sagt sie, dass sie eine Sitzversorgung nicht sinnvoll ist. Und dann sagt sie, dass sie eine große Rolle haben. Und was passiert nun? Nun, von den 13. Versch, wieder, sei dort hier auf Kapitel 1. Dort, der Satan, der fängt an. Und Gott hat mir schon einmal gesagt, du kannst gehen, denn alles wegnehmen, und immer du wirst da und bloß dort leben nicht. Dann ging der Satan weg von dem Herrn, und dann fängt er an zu oben. Dann fängt er an, all den seine Kassen weg zu stehen, und andere Menschen dort hin zu geben, und dann fängt er an, alle Tiere weg zu haben, Kameulen, Schrauben, Osten, Eseln, alles, was er hat, stehen immer alle weg, und dann die Arbeiter, die er bräuchte, um die Tiere besorgen und so weiter, die Leute alle wegnehmen. Alle Arbeiter, die Leute einfach wegnehmen. Und dann hat man einmal, wie in seiner Familie, hier hat seine Familie, war er im Hustub, und heute war er in einem Tietub, wo sie Eben und Trinken hatten, dann hat man einmal hier durch den Wind, wo er den Hustub bräuchte, und alle Familie kommt da an, die Storven da rein. Und dann wurde hier auf das Ola gesagt, und was hier wurde von dem Bild hier? Nach dem Satan hat man ziemlich krank nur Jonah geluchtet. Und wenn Jonah nicht so ein Mensch sein, dann wurde er wieder wieder, Gott wurde das Stort vernechtet. Und da wurde gesagt, dass er das Stort rüttelt, und er hat einen Tag gebrochen, und er hat einen Tag gebrochen, und er hat einen Tag gebrochen, und er hat einen Tag gebrochen. Er fortschuldet X2. Er hat einen Tag gebrochen, und er hat viele Leute gekauft, und er wurde wieder gebrochen. Er bleibt im Hustub, und er hat einen Tag gebrochen. Er hat einen Tag gebrochen. Das ist ein Tag, und er hat eine Übersetzung geleißen, und er hat einen Tag gebrochen. Und hier stand ich ab, und reut sich Leute weg, und mögt sich den Kopf gut, und er knallt sich vor Gott an, mit seinem Gesicht, was ich hier sehe. Und ich sehe, ich kann dich nicht in dieser Welt nehmen, und ich werde dich nicht verliehen. Das selbe, was ich suche, und du verhielst. Diese Sorte, und ich staue mir im Blüstenbildfeld, es ist nicht gerade geschrieben, aber ich staue mir im Blüstenbildfeld, und ich habe gesehen, aber ich habe nicht gedacht, dass er sich hier weg dreht. Gott wird es sein, und er knallt sich vor Gott an. Und jetzt wird Gott, ich kann nicht in der Welt nehmen, ich kann nicht in der Welt nehmen, ich kann nicht in der Welt nehmen, und so wird ich von der Welt gehen. Sorte hat nichts gehalten, dem, was er sagt. Das hier, wie danach, er sagt hier, wie ein Eintwinnigster Versch. Der Herr hat gejagt, und der Herr hat genommen, macht dem Herrn sie nur um die Luft wollen. Der Herr kriegt noch alle Dank von diesen Armen hier ab. Keine viel Übersetzung, keine Sorte, und der Herr kann nicht in der Welt nehmen, dass er das hier anmeldet wurde. Heute bleibt danach beständig. All das, was ich hörte, wird nur noch mal bloß, wie als Gott hat mir das geschaut. Und jetzt hat er auch alle drei Minuten, was er weg zu nehmen. Das hat sich noch nicht verspielt. Der Herr hat mich nicht in der Welt kommen, und ich wollte nicht von der Welt kommen. Ich nehme mich an und weiß nicht mehr. Sorte hat mich fertig, was ich kann verlegen, in der Nähe gekippt, was ich nicht gewusst habe, wo soll ich mich hören. ich dachte nur, wo er sich wachsdrehen. Das geht nicht. Dann kommt der Herr für eine frische Meeting in den 2. Kapitel. Als Sie die Meeting haben, dann erklärt er es. In der zweiten Kapitel, in der ersten Phase, in der zweiten Phase in der zweiten Phase, der liegt in den ersten Kapitel Versaß und sie ab. Nachdem Sie die Frage noch nicht um Erholung haben, wenn Sie fragen, wo Sie sind. Ich bin bei Ihnen von einem an der anderen Seite. Und dann sagt der Herr, das war mir, dass du hier bist, hast du gemerkt, dass er dich nicht beschuldigt hat, weil er krank ist, wie du bist. Und dann sagt er hier in den 8. Versch, wieder an den letzten Nacht, er blieb drüberholtig, ob du mich ohne Grund gekriegen hast, dass ich alles verdorben habe. Hier sagt der Herr, ob du mich ohne Grund was du gekriegen hast, und ich habe alles gemacht, danach blieb drüberholtig. Du gehst niemals ab, das hier, er blieb beständig. Dann sagt er hier, in den 4. Versch, 2. Kapitel, in der verkleinung von Herrn, wer mal mit heute hüte von kommt, wird die alte Menschen nicht für seine Gesundheit. Das ist die Wiedmacht, das Satan hier nicht zu Gott holt. Ja, der Mensch ist nicht bloß du von aufhängig, dort hat er viel Haft. Dafür sagt er nur bloß, mit seinem Gehälde Hüte von dir zu kommen. Solange er die Hüte haben, dauert er sich nicht wachdrehen von ihm. Dann trifft er noch an ihn. Nur auf so eine Hüte drehen, nur so ein Partner zu denken, gleich du Darmwarte abgeben, weil er sucht und sagt, wie er im Fechten falsch. Aber wenn du einmal seine Knie in Fleisch und tüxen wirst, die Kerbe war er so ein, und er sagt, wann du? Hier hat er nicht Mut gemacht. Also ans Leben soll sich auch sein. Wenn wir in der Versicherung waren, sind wir, wir können uns denken, dass er schwanger aus, was auch drehen kann. Paulus sagt, und er sagt, dann kommt er frisch und er sagt, er hat noch die geheile Hüte, sonst wird er die Däunde. Dann sagt Gott, okay, die kostet ihn und nach um die Kerbe anzutassen, aber er Leben nimmt, sonst nicht. Und dann ging die Sütung und war wachdrehen, und dann dachte er, dass er nie wird das hier abgeben. Nie wird der Herr den Sein machen, nie wird die hier abgeben, nie wird den in der Kerbe krank worden, und dann wird er durchsachen. Und das passiert auch. Das hier hat die Krieg schweren von ohne Feuchtballaten gehabt, das ist alles voll schwer. Und das hier hat er im Ohrstuhl und die Tief waren die Menschen im Ohrstuhl und die Däume und die Pfosten gingen. Er hat sich im Ohrstuhl und er fangt unter Pfosten und er betet im Haar. Er stammt wie er gebetet hat. Dann kam sogar seine Frühe an. Dann sagte er, fliegt den Gott bloß mal weg, dann sage ich auf, dann stirbt. Und das hier versündigt sich nicht, er bleibt bestohlen. So wird so eine Versiedigung kommen an den Namen. Jakobus in anderen Tag zu sehen, dass er nicht versagt hat. Hier wird sehr schwer versagt. Er geht nicht. Er hat so eine klare Bild und wie soll er dort an Tag seien wieder in den 12. Versch wer wird bestohlen blieben, der wird die Lebenskron gericht worden. Also wenn wir uns dort bilden, wie wir so nehmen, dass hier und es bestohlen wird, er hat geklärt. wieder hier und zusammenstehen, geklärt. Ich habe oft gesagt von Gott, er läuft an Gott in einem Platz, dann sieht Gott noch so viel, als er ist. hat also im Bild gefahren durch die Lebenskron wird uns tags durch sein lebt. Nun werden wir nach Eber gehen in das nächste Quart wo wir noch sein tun wo eine Versicherung wird und die Menschen sich auf wach drehen und die Er die Ehre einde los gelassen leiden. Und dort ist der Fall Israel. Für mich ist dort eine liebbare Geschichte von Israel. Ich schien sich Firma so zu send und Posten ans Leben zu nennen. Das wurde mein Falk Israel. In Hinnukraak aus Falk Israel wird von Ägypten durch die Wildnis in Lankana hinein. Moses kann nicht Lankana hinein. Er hat sich versinnigt. Er hat so einen Stein reden und so Wut rück kommen die wieder Dahlen schluch mit den Stock und die kommen die Wut rück Und du siehst Gott, wenn du dich dort getan hast, kannst du dich nicht in den Lohn keiner annehmen gehen. Und dann, wenn du wieder, wo Moses da nicht mehr dort lebt, könnt du dir dann Jesua. Als Jesua dort lebt, dann wird sie Gott zu Jesua. Wurzel heute. Jesua 1 Vers 8, du sagst, wie Gott seht, denn Jesua, da die bloß Rechten und die Gebauten der Ecke Moses gegeben hat. Und da immer war er, die war er, er lebt, so ist er abgeschrieben sein, da musst du er falsch haben. Das wird Jesua abdeckt, er hat ganz flitig versucht, dort zu gehen. Immer war er, immer war er. Er hat viel gelebt mit dem Fall Israel. Aber wenn du dann in der Zeit, wo Jesua dann auch aufgestorben hat, aus er gestorben wird, in Anchein dort wieder, wo auch die Männer gestorben werden, wo nicht die Grote Winder gesandt haben, wird der Herr und das Fall Israel gedauern. All die Menschen, die zurückgehen in die neue Generation, und alle Sünden werden von den Winder und wie er wach werden, dann beginnen wir in Rechta. Das wird nur Jesua, die uns in der 244-jährigen Zeit von Rechta an in der Plotische Bibel. Und nun sollen wir dort dann, aus den Männern, die durchgestorben werden, dass Jesua mit dem Fall in Israel und dem Land Nandieng, in Kanaan, den Fall werden in Israel nur noch getrennt werden, wenn wir in Israel nur noch getrennt werden, denn dann werden alle Gottlosen, nur die Israeliten werden in dieser Zeit verdient. Und sie sollen nun gehen, und sie sollen alles getrennt werden werden, also die Kananiter. Jesus starf über den Titen, dass der Sturm von Judah und die Anläden anläuft und dann fangt die Kananiter und fangt sie zurück. Dann fangt sie immer mehr an und immer mehr Stöder gegen sie fährd, aber auch immer wieder ein paar Leute. Dann fangt sie immer die Tochter von den Menschen, die Gott gesagt hat, sie rückgibt. So, er ihn las. Sie fangt aber nur zu den Kirchen, weil wir diese Menschen, wo er ihn hier beantragen hat, wie er über Hand kriegt, da wo er die Tarn des Glaubens mehr hat, da wo er eine Fahnen steuert, wo er weibelt mal. Und da hat es gesagt, was hier passiert ist. Und so ist auch von gewisser Tochter, und dann sagen sie es dort im rechten Kapitel 1, versprachend für dich, als die Israeliten stärker wurden, mögen sie die Kananiter durch Glauben. Träumen die aber nicht aus dem Land rutscht. Das wird hier passiert. Als es falsch geworden ist, aber wir haben auch einen, da fangen sie ab, die Kananiter nicht rutscht, dass sie gesagt haben, dann müssen sie die Tarn des Glaubens. Und was bedeutet das Glauben? Ein Glauben ist einer, der die nächsten Glauben macht. Und wenn die Bibel sagt, wenn wir uns Sinn für das Glauben sind, dann ist es ein Glauben der Sinn. Dann sind wir der Sinn der Glauben. So tun sie ihn in den Glauben. Und wenn wir uns nicht richtig für das Glauben sind, dann dürfen wir die Glauben der Glauben. Also hier noch geht es, wenn Israel Potmierk nicht kann das Glauben nicht den Glauben erlauben. So müssen die Kananiter nicht über die Glauben die Glauben leben. Und es gab nicht so ein Glauben, wie man ihninig trieft, aber nicht so ein laviert. Und es fragt sich, dass er auch hier nicht mehr verfallen will. Ich habe gesagt, ich kriege die Glauben, dass er nicht so weit waren, dass er nicht in der Glauben macht. Die Glauben haben, die Glauben gerichtet. Dann können sie gehen. Verhält. Dann haben sie reagiert. Dann können sie sehen, dass sie das Glauben in der Stammel fahren. Wir haben die Kontrolle über dich. Es war nicht so viel, wie das dein Leben von dir und nach schien zu sein. Weil wir bloß mal denken, zum Beispiel einen Drinker. Wo steckt ein Drinker unter dir? Weil du würdest ehrlich sagen, wenn ich einer ein paar Stücke da dort möchte ich nicht mehr in den Drinken mehr. Ich habe die Kontrolle, du immer. Das ist mein Fall Israel. Daher fliegt einer ein paar Stücke den Dach aus. Ein kleiner Besschen läuten sie durch. Aber einmal hörst du dich. Ich sage dir, wenn wir mal anblenden, im rechten Kapitel 2, Vers 4, Vers 4, Vers 5. Du sage dir, wenn du das von ihm an den Aufgetter zu tun hast, was du willst. In Anfang sage ich dir, wenn du das von ihm an den Aufgetter zu tun hast, dann brennt dem Herrn, seht euer Israel ab, und habt ihr euch an in der Rehbars ihre Hände. Das wird passieren. Seht ihr nicht mit ihr Leben irgendetwas, wo ihr euch zu denken, dass ihr euch kontrolliert habt, wenn der Herrliche Sache auf die Rehbarschaft alles rührt. dann meint das alles. Dann habe ich noch gesagt, oh, das brauche ich auch nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Das übernimmt man sowieso auch nicht. Wenn ich heute dachte, mach immer das. Das würde Israel nicht nur noch ein Zeichen geben. Aber dann wird einmal dann gesagt, Gott hat die Fangen sich an die Aufgetter zu tun, so wird es dann aufgehört. Jetzt werden wir noch ein Beispiel nehmen, für uns von dir. Und was jetzt jemand ist, dann sage ich, eindring den Dach nicht. Und er macht dann alle Dach an, so dass er dort drängt, die Person seht aufgehört. Wenn es dann läuft, dann sagt er, dann kann ich mich an, wenn er komme mit der Verhebende weg. So das war dann ein Aufgetter. Und darum hat einmal gesagt, dass Gott die Menschen den Reber haben. Das ist die hier die Israeliten. Heute erinnert der Reber in ihre Hände, der überfallen im Bestohlen an, im Verkauften an, und ihre Feen in die Nuba fällt, ja? Und sie können die ihre Feen nicht mehr bestohlen. Sie können nur nicht mehr gehen. Und das war dann schön. Die Israeliten wurden jedoch, wir haben dort alle in Kontrolle. Und wenn Gott gesagt hat, du die Losmögliche von allem erreicht, da waren wir doch da. Da waren wir in kleinen Bäschen in uns waren und in uns waren. Dort ist die Gefahr, wo wir nachkommen, wo wir nicht mehr gehen können. Dort wurde das hier in der Mitte von Israel. Und das war uns dann in Elia. Und da waren wir auch den 15er-Fahrer schon. Und du sagst dir, immer wenn sie zum Kampf gingen, wird dem Herrn seine Hände an. So dort an nichts geleckt. Dort wird kregen sie aus dem Herrn, und dort gesagt, und geschworen hat, und sie wurden hart unterdreckt. So der Herr hat endlich gesagt, und wenn wir mal checken in 3. Mose saßen 20 Vers 17. 3. Mose saßen 20 Vers 17. Du hast dort gerade, denn irgendwo Gott, Moses gesagt hat, wotest du falsch sein? Wotest du falsch sein? wenn sie nicht wahr mir folgen? Wenn sie nicht wahr gehorsam sind für mich? Dann sagt er hier in den 17er-Fahrer, und die, wo er mir selbst gegen die dünn stahlen, und die wurden von dünn die vielen besiegt worden, und die wurden die dünn nicht leiden können, sondern immer dünn regieren, und die wurden auch beflucht sein, ohne dort dünn wir hier an. Das ist das Schreck, das wird hier in der Rechte auch besiert werden. Hier sage ich es nur, immer wenn sie wollen kämpfen, also wenn die Israeliten schon wollen kämpfen, da wird Gott je anwenden, sie werden nicht gehörsam gemacht. Und dann sage ich es hier wieder, so wird an nichts gelacht. Sie haben keinen gelacht, wie es Gott wird je. Sie haben sich nicht an Gott gehauen, sie haben nicht den Gebot gehauen, was Gott gesagt hat. Und dann sage ich es hier wieder, hier in der Rechte 2, 15, hier, hier, wo wir gerade so, vielleicht Sie können ich euch in der Rechte nehmen, dem vierten erfahrt. So hier übergeht euch an der Rehbach in der Hänge, dort sieht Gott da, wo Moses, der wo die Fähne in der Hänge gegeben wurden, der Nobelpfälte, der die Fähne, die in der Israeliten wird, dort war er in der Hänge gegeben. Dort ging ich hier gerade in der Fallung und er wird gesagt worden, die Saal versagt Isa. Die Saal nicht mehrgessen, wo nach Kroo die in der Ehe las, also nicht nach irgendetwas, was selbstständig zu nehmen. Alles wird mit Gottes Hilfe getan worden. Und so, seitdem wir uns bei uns zu dieser Hänge nicht unter uns in Kontrolle, nicht können wir tun, was wir tun wollen. Und das ist sehr wichtig, du sollst uns vorbeigern, weil wir uns nicht unter den Nähländen lieben, dort wie bei uns zu denken, das Beste, das Bordatmüll geht, ich kann die Kontrolle nehmen, ich bin einmal da, oder vielleicht einmal den Weg, wer sitzt dort, wird Bordatmüll. Wenn es dort nur einmal sinnvoll ist, wenn wir nicht nach dem Nähländen lieben, dann wird das Bordatmüll verdammt. Weil wir bloß nicht mehr aufpassen, Gott wird aufpassen, dass wir uns etwas sagen, du spielst du mal, nicht wahr, du hast die Hände, und wir nicht mehr drücken. Dort ist sehr wichtig, dass wir uns hier an der Fall, Israel, wo du besiehend bist, sie soll mit den U-A-Scheid getwaschen, hier wird versagt, dort heißt es, es soll los sein von Gott. Er ist deutlich, er hat sich um Gott geholfen, er bleibt beständig. In der Fall Israel, wird auch versorgt, sich los zu merken von Gott, und das passiert. Seitdem, sie hat dort alle selbst in den Hand, und dann mit einem und müssen sie dort sagen, wir kommen wieder weg von Gott, die Finde übernimmt uns ganz, niemand wie arm war er da. Gott hat Luther noch viel, hier hat, weil wir dort wieder wollen lesen, hat er nach ihre Rechte geschont, hat er nach ihre Haupt, dort sie können Segen, dort sie können Sinn und Vergebung kriegen, dort sie werden fair, wo ich können, im Wort hast du, bin. Wir haben niemals ein Bastion, ein Mann, zu kämpfen, wenn du eine Person hast, der war mit dem Bastion, aufhangen, und der glaubt, dass ich mich nicht schuhe, und ich hatte Kontrolle, und dann war einmal, immer nahm den dort, in dem Wald, in dem Wald, in dem Krebspunkt Israel, die proben, um einmal zu wohnen, aber wir Gottes haben, zu gehen, woran? Und dann braucht es, dass wir einmal tauschen, wenn sie gefahren, dann braucht es auch, dass wir eine Hauptbahn in Freion, als wir können, nur im Herrn Jesus bringen, weil wir auch nicht selbst können. Du hast es wichtig, Gott schankt den Rechten, dass er selbst können nicht rüht, da müssen Rechten dort haben, und dann können sie, woher rüht, dafür, ein klare Bild von der, von uns leben hier von der, wo man wie gefahren sein, wie in öchsten Leoben sein, und wir können nicht rüht, da werf du mit meiner Mutter, da werf du überbeten, da der Herr dazu noch rühtragen kann, dass es dem Herrn Sinn war. Er will nicht, dass wir in so einer Bedrängnis leben sollen, und wir sollen auch, nachdem er den Sogtern anfangen, zu tun. Paulus hat er, und wenn ein Fäuserl sagt, klar sei, da fanden alle Menschen, muss aufgestorben. Die haben ihnen nie in die Tür gekriegen, die sollen ihnen sein, sich auch ändern. Das soll alle nie werden. Und dann sagt es, 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5. Verschreie sheep here, in Syrah, weil du mal ein paar Verschle Depois ikit like leken. Samk exerciseso Japanese utilisator, die fanden Affahrierein sind »Naja, hier sagt es, dass heuer es Do you for all the people, gestorben, dadurch, do you live, and not for you themselves level, but for you, that you for help you gain from there. So, from crunch had been, do you born? Do you free you? Also da lebt er nicht mal für sich selbst, da lebt er für den, wenn er gestorben wird und abgestoht. Dann heißt Jesus Christus, für den lebt er dann. Und dann habe ich auch gesagt, dass es in der Pfarrer gesagt wird. Du wegen soll wie kein Mensch mehr so ordentlich als Mensch in dieser Welt werden. Wo sage ich uns das Übergang? Weil wir mal machen, das sage ich, das erste Wort, du wegen. Wo wegen? Denn es lebt nicht mal für sich selbst, sondern lebt für den Abgestohnenden. Jesus Christus, für den lebt er nun? Und dann, wie soll ein Mensch nicht mehr so ordentlich als ein Mensch, der in der Welt gestorben wird. So ein Übergang, dann sage ich hier wieder, was von Übergang soll in uns leben sein? Wir haben sogar Christus aus Menschen gesäunen, aber nun sollen wir ihn nicht mehr. Was von Bild der Policy brauchen? Jesus wird ein Tag persönlich in der Welt? Dann sagen sie den. Nun sollen sie ihn nicht mehr. Nun ist er noch nicht mehr zu sein. So ein Übergang soll so ein Mensch in seinem Leben haben. Wer in der Welt leben ist, in der du dann wieder geraten wirst, und nur Jesus hat es. Dort soll so ein Übergang machen, dass der uhrer Mensch nicht mehr zu sein ist. So ist Jesus nicht mehr zu sein, dass der uhrer Mensch nicht mehr zu sein sein. Und dann sagt sie den. Dann sagt sie den. In dem 17. Vers 2. Korinther 5. In dem 17. Dann sagt sie den. Wenn das nicht mehr der Christus ist, dann wird er nicht mehr zu sein. Hier hab ich mit diesem Sein um Verfolgung. Dann haben wir ihn nicht mehr zu sein. Hier wird er nicht mehr zu sein. Hier wird er nicht mehr zu sein. In dem 17. Dann kommt es auch in der Welt zurück, wie wir im Maus in den 19. Und das ist ein Christus, das nicht mehr so ist. Und obwohl ich so wie Menschen nicht in euch waren, in der Person aus der Haft zu leben, die ein, der Haft zu leben, die Jesus übergehen, dann wo ich immer gesagt habe, dort wo er schon leben sollte, nicht läuft er hier zu leben. Das heißt, dass der Vater sagt, wir kicken den nicht mehr so an. So an sie und dort auch an so eine Person an erstaunen. Die sahen an so eine Person an erstaunen. Was dort nicht wird, war der Herr von uns gedauert, dort hat uns in all seine Versicherung in Rüthrad nicht mal, wie sie haben versorgt worden, und wir haben uns verstopft, dort hat uns gerüten, und hat uns gehofft, und dort hat uns gehofft, und dort die Wahrheit gern gereinigt worden, und dort all das wurde vorhergebracht, dass du nicht mehr zu denken hast, in Gottes Übung. Gott denkt du wieder nicht mehr an, und dort ist alles weg. Dort hat Jesus genommen und hat dort in mir geschmissen. Nur Sachen kamen bis hier an unseren Tags, nur kamen Pferde weg, weil die waren bestimmt, dass hier in den 2. Pfad, wenn die Versicherung kommt, und so erklärt jeder einer von hier, die Wörter und die Mörter und die Mörter und die Mörter und die Mörter, und in dem dort der eine bequete hat, sie war gedreht von dem Sinn, als er eine Wörter, die gefordert, dass ich ein Sinn vorhandel. Also durch die Versicherung, wer du überkommt, nicht über trefft vor, soll ich als Dämonen, sagt Jakob es ja. Und die Versicherung, die dann kommt, der kommt nicht von Gott. Gott leidt auf, durch die so tun, uns versichern kann. Und dort, weil du wehen, wir sollen nur ankommen, wir sollen uns ankommen, Wir sollen so eine Anstellung haben uns hier abhauen. Wir sind hier nicht in dieser Welt. Auch wir nervt dich und auch wir nervt dich. Alles wurde klar durch Jesus. Und wir haben es durchgehalten. In dem Konzept haben wir uns nicht wahrgenommen. Abtrennen vor. Jürgen sagt, Jakobus, sieh versächt dich und versächt nicht. Wir haben uns alle in unserer Anleitung. Wer du nicht abgeben willst, wer du derisch gedacht hast, der wird nicht darin abgeben. Und der wird am Morgen von wo alle Versäglichen und ans Leben kommen. Und du wirst es wichtig, dass wir derisch gedacht sind, dass unsere Last wieder nicht waren drüben, dass unsere Last ans Leben haben. Und dann habe ich gesagt, dass das Fall Israel. So ging nur ihre Last nun, sie durften sie dort vergraben. Und dann fangt die Ankrex, dass anstags in einem 15er Versag, wann die bei der Last sich ihr Foss gesaht hat, also die haben nur gedacht, wann wir diese waren, die anstags gelaufen wollten, da war eine Anstags. So die Last sah sich in ihrem Foss, wo hat die Sinn geboren. Also du durften sie ganz gegen Gott sie in Wagen gehen. Und dann sage ich dir wieder, wann die Sinn geboren ist, bringt er den Däut. Was passiert mit dem Fall Israel? Wann sie erst wie in jeden Gott die Gonen, die Sinn nicht hören, dann sagt, fähle du dich gestern. Der Sinn brachte dem Däut, dass es von dir auch noch sein. Wo wir im Sinn leben, der war der vierte Ansturm Däut. Blutgyndisch vermerken, Leute, alle gute Sachen und alle vollkommenen Bögen kommen von Bögen drauf. Die kommen vom Vorder, der hat Licht gemerkt hat, er verändert sich nicht, denn er verwechselt nicht, dass er mit dir ist. Also wenn wir uns waren, der Gott drehen, du wirst blitzkotet kommen, du wirst keine Versicherung von Gott kommen. Und er verändert sich nicht, wenn er ihnen versprechen gejagt hat, dort wird scheinbar anders aus, als was er gesagt hat. Auch wenn ich ihn beschütze, was in der Welt eng, dort wird passieren. Auch wenn ich ihn beschütze, was in der Welt eng, dort wird passieren. Bloß wenn wir uns sind, dann sind wir uns bedrehen an die Wache von Gott. Und du hast es sehr wichtig, dass wir Apostel im Wacker sein und uns verstehen, und dass wir uns in den Haaren holen. Zur Nüte lade es nach einer Frau. Wo haben wir uns da nur gesungen? Wann leben lebe ich? Lebe ich aus der Hiab? Oder lebe ich aus einer von der Israeliten? Wann wurde mein Leben durchgehört? Lüte ich mich kurz mitreden, wann der Last sich einmal abkommt? Oder bleibe ich gestohlen und Gott singt versprechen? Der Frau kann uns oder selbst beantworten. Und der Herr ist generisch. Wann wir gefallen haben, er sagt, komm. Wer wird auch durchreden, bis er eigentlich acht Tieren, bleibe ich erst falsch. Wer wird bloß nur Gemeinschaft überhören. Wer wird auch durchreden, dann hat wer für Bimi erst viel Vergebung sagte. Wann wir gefallen sind, der Herr wüsste abgehauen, und er wird anderen übergeben. Möchte Herr in jedem ein Sehnen, und wie da auch, dass wir kein Mautig weiterverkampfen, und es wird eine Unspornung gewesen, in unserem Leben, dass wir nicht anspannend waren, von der Ness, woher die Zutaten in unserem Dach anstreben waren. Eine kleine Nachstimmung zum Beden wurde gepostet. Herr Jesus Christus, bedankst du uns von heute für deine große Leute, und genau, dass du dich von uns hast. Denn wir von dem in den Dach können wir die Tag durch diese Welt gehen, und wo immer wir durch Versichungen kommen, oder um Versichungen noch kommen, dass du uns immer durch bist und halb eins durch zu kämpfen. Dort sei wie von hier, woher ich gekämpft habe, dort können wir nicht mit dir in den Kopf stellen, dort wird wie es du anbistunen, und so wirst du uns durch Urlaub gestern. Herr Hauptmann, dass wir unsere Entschädung immer reichst haben, dort waren die Versichungen und wir waren immer bloß anzulernen von dem Helden Gäß. Wer sich leden von dem Helden Gäß dort erst ins Klo, der wird nicht in seinen Fohlen da. Futter, ich danke dir dafür, dass wir dort blöd Jesus Christus haben, dort auch uns von den Dach in den Dach noch einmal woschen da. Und ich freue mich, dass du uns möchtest wieder immer wieder beworben, in das Denken, in das Wurken, in das Wir, dass wir bloß mochten dienen, wo ich in dienen war und in der Fall und mochtet Ganze in Sehen sein. In Jesus' Sinn Numen. Amen. Herr Hintus, danke schön.